Hey Leute, weiter geht's. Ähm, ich hab die zweite Schriftrolle ausfindig machen können. Ähm, und ich dachte, da die Story relativ spannend ist, werden wir die gleich mal mitmachen. Ähm... Das ist nur gerade ein relativ... Wow, 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 wow. Relativ... So, ah, okay, jetzt versteh ich. Mhm, mhm. Ähm, ich... Oh, wow, okay, das ist... Oh, haha. Oh, wow. Ja. Okay. Schweine brau ich noch. Ja. Zwei von drei. Wildschweinhaut. Okay, Wildschweinhaut, ey. Ich hoffe, hier ist noch irgendwo der Schneeleugat. Oh, ist das bitter. Oh. 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 Naja, wäge ich's lieber im Spiel aus als, äh... ... als Mächtenleben, wie es andere tun. Oh. Okay. Jetzt darf ich noch mal von vorne anfangen. Na gut, macht nix. Ich kann schon wieder irgendwas herstellen, sagt er mir. So, das machen wir aber gleich. Nein. Genau, das habe ich nämlich vor. Ähm... Boah, ich dachte schon... Oh. Ich habe etwas übers Ziehen ausgeschossen. Oh, fuck. Okay. Oh. Ach so! Oh! Ah je, tschau. Ich bin ganz fort. Schick. Muss man ja mal sagen, schick. Guck mal, ob ich erst noch ein Tagebuch von meinem Daddy finde. Weil eigentlich sind die ja... meistens an den Orten hier. Guck mal, Daddy. Ich muss scheinbar nichts hinterlassen. Dann nehmen wir unseren Drogentritt mal weiter fort. Ich habe einen Lied, aber ich bin glücklich. Aber ich muss nur noch die Drogentritt mal mehr machen. Wir haben sogar einen Lied. Ich habe mich überrascht, um die Schengriela zu holen. und die Schengriela-Kurse-Kurse-Kurse-Kurse. Die Schengriela-Kurse-Kurse-Kurse-Kurse-Kurse. Die Schengriela-Kurse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ich kann schauen, dass ich nicht... Javi, ciao! Schau! Schill! Schau! Tschau! 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 Ui! Komm mal kurz auf den Klein. Abbie! 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 Jetzt hab ich schon gleich null. Jawohl! Scheiße! Jetzt hab ich schon gleich null. Jawohl! Scheiße! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hey! Ja, das war ein Wunder. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist. Ich denke, aus der Pfeile wird man hier nicht viel finden. Naja. Was los? Wunderbar. Nichts, leider. Das ist ja dankbar, dass wir die Arsch gerändert. Ich muss doch etwas vorsichtig dabei ... ... hüp ... Das war's für heute. Oh, das ist ein Öffel. Was passiert? Was passiert?